Wer von euch ist auf Social Media? Max, kann man sagen, dass in dieser Gruppe ca. doppelt so viele Mädchen auf Social Media sind wie Burschen? Schon seit der Gründung von Lernquadrat steht Hilfe zur Selbsthilfe beim Lernen im Vordergrund. Und das in Form von der klassischen Nachhilfe oder der motivierenden Kleingruppe. Und so stellen sich rasch Erfolgserlebnisse ein, wie bei Max hier, der inzwischen meinen Job übernommen hat. Lernquadrat – macht einfach klüger! Lernquadrat Lernquadrat Lernquadrat